ARD Text im Auftrag von Funk Moin 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 Ja, heute im Ball gepennen ohne Tab Moin 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 Brulge Nacht Angenehm Mich gefroren Noch nix Wir müssen mal wach werden. Meine erste Nacht, Alex, wie war es draußen? Erzähl. Meine Rücken tut weh. Hallo. Meine Rücken tut weh, das heißt... Wollte ein Autogramm oder irgendwie? Das heißt, es war hervorragend, meine erste Nacht. Das habe ich mit dem Schlafsack. Hm, okay. Okay, ja, das war nicht. Ja, Leute, da hinten geht die Sonne auf. Kann man das sehen? Nee, da geht die Unter. Der lügt. Lügen tut er, das bist du. Na, da geht die Sonne auf. Alle sind wach. Nur ich nicht. So, wer macht mir jetzt einen Kaffee? Wer nimmt ihn in den Mund? Ich mach mir einen Kaffee selber. Wer nimmt ihn in den Mund? Mach's dir selber. Ja. Gut. Also. Alex, du Raupe. Moin, Moin. Ja. Eine Kippe dazu. Brauchst du ein Feuerzeug? Oh, schnell. Wo wurde eine Gasflasche? Hier ist noch Birkenrenne, steht das. Ja. Was findest du denn? Findest du den Griff? Das Feuer ist an. Ich find mit den Fingern deine Nase. Ein Bibi-Bwein. Ein Bibi-Bwein. Ein Bibi-Bwein. Ein Bibi-Kotzt, das Kind. So, jetzt machst du es nochmal aus und jetzt suchen wir es nochmal richtig. Moin, Moin. So, wir sind langsam am abbauen und einpacken und ja. Alles ist möglich hier, hier. Abpacken. Außer Chris. Ist Chris überhaupt schon wach? So, ne. Er hat erstmal gefrühstückt, richtig lecker mit Bohnen und Bacon und Ei und so. Und heiß. Wenn ihr langsam abbauen und dann abhauen. Jetzt halten wir die Sonne auf. Hi Kai. Ja. Wir haben jetzt langsam unsere Rucksäcke schnallt fertig gepackt hier. Moiner, einer. So, dann werden wir uns langsam mal auf Socken machen. Also, bis später. Um mal zu in den Vieren zu typisch haben. Jetzt ist es soo. So, wir sind jetzt noch zu dritt. Smootequ ist Pure und der Chris. Die anderen beiden sind zum Bus gedeckelt. Oder ne? Die lassen sich abholen. Genau. Die lassen sich abholen. So, wir sind jetzt nur noch zu dritt. олог. Ja, wir haben das Lager wieder so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Außer wir haben denen noch eine Bank da gelassen, die wir gebaut haben. Vielen Dank nochmal an die Leute, die das gebaut haben. Ja, falls das mal jemand sehen sollte, der das da vielleicht irgendwie kennt oder so. Das ist ganz angenehm. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Also, wie lange haben wir überhaupt hierher gebraucht? Also, hierher vom Auto haben wir gebraucht zwei, drei Stunden. Aber weil wir auch gar keinen Plan hatten und einfach nur wild drauf los sind und so was. Querfeld eingelaufen sind. Aber jetzt werden wir mal gucken, dass wir vielleicht einen anderen Weg finden, der schneller ist zurück. Und ja, das war eine recht angenehme Tour. Ja. Ausflug. Aber wir haben ja noch einen Müllsack mit. Mit Müll. Natürlich. Und ja. Ja, das gibt es noch. Rettet den Wald, es ist mehr Biber. Ja. Ja, vielleicht hole ich euch ja gleich nochmal raus hier. Und die Kamera. Wenn wir noch was finden sollten oder wenn ich noch was quatschen will. Also, bis gleich. Ich habe nochmal zwei Joggerin gefragt. Aber die eine sagt links, die andere rechts. So ungefähr. Ja. Jetzt gucken wir einfach mal. Aber die haben gesagt, geht einfach mal den Berg hoch. Ich zeige euch mal den Berg. Da. Sieht immer nicht so heftig aus auf der Kamera, ne? Ach, dann müssen wir hoch, sagt sie, ne? Oder hier hoch. Ja, hallo. Wir sind jetzt hier in der Autobahn. Bei uns ist ein bisschen verlaufen. Irgendwie. Wir müssen... Ja. Da ganz hin. Irgendwie. Scheiße, ist da noch ein bisschen wie in die Richtung fahren. Also. Ja. Da gucken wir, ob wir es finden. Moin, moin. Hält nicht, normale Leute. Ja, wir haben das Auto gefunden. Nach langer Suche. Und, ja. Hattest du jetzt GPS-Signal? Nee, ne? Nee. Ja, wir hatten zwar ein Navi dabei, aber es hat ja kein GPS-Signal oder keinen kleinen Satelliten gefunden. Nachdem wir eine Stunde unterwegs waren, ist ihm eingefallen, er hat noch ein Navi dabei. Ja, aber hat eh nicht funktioniert. Wir wollten gucken, ob die Jungs das alleine schafft. Ja. Survival-Situation. Das war um ein Vertrauen, das ich an euch gesetzt habe. Ja. Ja, wir sind jetzt zu dritt. Die anderen beiden sind ja... Also, Danny ist ja gestern schon abgehauen. Die anderen beiden heute Morgen mit dem Bus. Und, ja, war eine coole Tour, war anstrengend. Hamburger Berge, wer da schon mal war. Mit Gepäck und so, hoch und runter. Und, ja. Das wär's eigentlich von mir. Ähm, Stolle hat auch ein Video gemacht. Ähm, Smoothie Hain hat auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch nochmal irgendwo oben, wenn das fertig ist und so. Ich weiß nicht, wer jetzt für erst fertig ist. Und, ja, viel Spaß beim Gucken. Nee, das ist ja das Anfang-Ende-Video, ne? Viel Spaß beim Gucken. Das ist ja Blödsinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte doch beim nächsten Mal wieder ein. Bei Smoothie Hain. Tschüss. So. Ja. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ihr Fragen habt, wieder wie gehört, fragt einfach. Und, ja, wenn nicht, dann nicht. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Musik. Musik. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.